Simon! Simon! Sag mal, wo ist denn der heute? Was tust denn du da? Ja, Sühnele. Ja, wo ist die Sühne? Ach so. Was, Sühnele. Wo ist der Simon? Ich schaue da. Du, der lebt in die Pool. Hey, Simon! Sag mal, was tust denn du da? Du kannst doch nicht... Schau mal an, viele Arbeiten, das Zeug steht da rum, die Karren steht da rum und es läuft nichts. Was ist denn los? Ja, ich tue nichts mehr. Ja, was du tust nichts mehr? Nein, Sühne. Warum nicht? Ja, hast du nicht mitgekriegt. Die Landjugend hat uns nominiert zur Pool Grill Challenge. Ach, das auch. Ja. Ja, und was tun wir jetzt? Ja, alles liegen und stehen hier und rein mit dir da. Bei dem Wetter. Siehst du da wurscht? Okay. Dann da ist dein Hackschnitzel alarmieren. Gute Idee. Passt. Du wartest. Ich warte. Gut, komm gleich. Passt. Jawohl, super. Ja. Ja? Hallo? Du, wo seht ihr? Was am Joggen? Nichts Joggen. Ihr sollt denn da, ihr mehr kommen. Ja, warum? Wir sind nominiert worden von der Landjugend zur Pool Grill Pool Challenge. Nein, nichts kommen müssen. Was? Der Higgi und der Daniel am Skifahren. Nichts. Ihr sollt denn kommen. Aber schnell. Wir müssen unbedingt das jetzt machen. Wir haben nur lange Zeit. Okay. Gut. Passt. Bis später. Tschau. Tschüss. Das war es. Und einwait次. Schatz. Autos mit dem Anb billen dabei ist. Hi! Hey, hallo! Hei! Hey! Hey, die Stenung! Die Füße! Haaa, dip top, dip top! Hey, die Stenung! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich möchte mich gleich bedanken bei der Landjugend Klostertal für die Nominierung. für Simi Agrar und Team Hackschnitzel. Darum sehen wir heute so viele, gell? Ja, und fein haben wir es. Und nicht, dass Sie ermahnen, dass wir euch zum Grillen laden. Das können wir selber machen. Ja, und wer der Brauer so ist, tun wir natürlich auch drei nominieren. Ja, wir haben lange überlegt. Und der Erste, was uns in den Sinn gekommen ist, ist die Firma Andi der Bauprofi. Du hast acht Tage Zeit und sonst würden wir noch grillen. Und wen haben wir noch nominiert, Simi? Ja, wir haben uns noch überlegt. Das Tönerteam wäre natürlich auch super, wenn die dabei wären. Alle guten Dinge sind drei. Ich würde sagen, wir nominieren noch Bauhofflech. Hier haben Sie ja freie Wetter hier oben. Ich kann schauen, dass es nicht zu kalt ist. Ja. Aber euch fällt schon was ein. Und das Haus acht Tage... Entschuldigung. Acht Tage hat er... Wir waren neun. Acht Tage hat er Zeit. Und das Haus... Ich freue mich auf ein Quatsch-Gilfest mit euch, ja? Genau. Super! Ja. Jaaaay!